Wir gehen der Frage nach, macht es Sinn, bis zum Ende alles auszureizen, um das Spiel fortzusetzen oder muss man nicht früher klar machen, dass das im Fußball nichts verloren hat, auch von Schiedsrichterseite. Die Diskussion ist bei uns angekommen, deshalb bin ich Ihnen noch dankbar für die Frage und wir analysieren das und sind auch der Meinung, wir müssen klar, transparent, deutlich machen, wie wir als Schiedsrichter vorgehen wollen. Nämlich die Ankündigung, dass über den Stadionlautsprecher, dass das zu unterlassen ist, ein einmaliges Verlassen mit der Mannschaft in die Katakomben, in die Kabinen und man kann einmal zurückkehren, aber ein zweites Mal darf es nicht mehr geben. Wenn diese Ausschreitungen weiterhin, diese Pyrotechnik und diese Feuergeschichten weiterhin stattfinden und ein Spiel gefährden, dann muss auch abgebrochen werden. Wir müssen dafür sorgen, dass die 99 Prozent aller friedfertigen Stadienbesucher, aller Beteiligten, dass die dieses eine Prozent in den Griff bekommen. Und die Erwartung ist, dass wir da wirklich eine Einheitlichkeit herstellen am Ende dieses Gipfels. Die konkreten Vorschläge wollen wir in Berlin besprechen. Die Erwartung ist die, dass wir eine Geschlossenheit herstellen zwischen den Verbänden, DFB, Ligaverband, DFL und den Vereinen. Nicht da sind die Justiz, die Polizei und auch die Fanorganisationen. Aber die beziehe ich ausdrücklich mit ein. Wenn ich sage, dass wir eben viel das Wort Schulterschuss schon mal in anderem Zusammenhang, das ist aber gerade an der Stelle absolut angebracht.